Was glaubt man, du Seafighter, Osiria hier und im heutigen Video werden wir in einem Ticket-Banner sammeln mit den 30 Tickets aus Part 2. Ich wollte euch nur kurz eine Information geben, bevor es losgeht, nämlich ich wollte das Video eigentlich damals schon raushauen, als wir die letzten Tickets von Part 2 bekommen haben. Deswegen seid nicht irritiert, wenn ich von heute rede, das ist eine komplett andere Zeitschiene, denn ich wollte das Video wie gesagt damals raushauen. Es kommt heute raus quasi, also freut euch auf das Video jetzt, damit ihr nur bescheiden ist wegen der Zeitschiene. Seid nicht irritiert, lehnt euch zurück und viel Spaß bei dem Ticket-Banner. Und Celebration Part 2, 1000 Days Celebration Part 2 neigt sich dem Ende zu. Ich kann heute, bzw. habe schon heute die letzten Tickets eingesammelt, dementsprechend werden wir nochmal 30 Tickets im Ticket-Banner sammeln. Aber ganz, ganz wichtige Information für allejenigen, die euch, wenn ihr noch Tickets habt, bis heute könnt ihr die letzten noch einsammeln. Heute gab es nochmal 3 Stück, ihr wisst es über 2 über die Mission, 1 über Login-Boni. Und ihr könnt das Ganze, ihr müsst die Tickets in diesen Ticket-Banner natürlich auch einlösen. Diese gelten nämlich nur für diesen Ticket-Banner. Und wenn das mal offline ist, dann könnt ihr diese Tickets nirgendwo mehr einlösen. Denn dieser Ticket-Banner wird in der Form auch, also 1 zu 1 nicht wieder zurückkommen. Denn es ist quasi, Ticket-Banner sind immer einzigartig speziell. Und wenn ihr die Tickets dann nicht einlöst, dann sind sie weg. Deswegen, ganz, ganz wichtig für euch schon mal außen vorweg, löst diese Tickets ein. Aber, ich kann euch trösten, da dieser Banner endet nicht heute, sondern dieser Banner endet erst am 28. April, 8 Uhr morgens unserer Zeit. Hier steht es, bis dahin solltet ihr eben eure ganzen Tickets einlösen. Also macht das auch am besten, damit ihr da informiert seid. Jetzt bin ich halt wirklich gespannt, jetzt bin ich wirklich gespannt. Auf Part 1 quasi haben wir drei nicht-gefeatured gezogen. 3 SR, okay, bin ich zufrieden. Aus 30 Tickets, 30 Charakteren. Quasi sind wir 1 zu 1 geblieben pro Modus am 1. Aber, wenn wir aus den Tickets haben, halt ohne ein Neo-Gardley da rausgeht, ist es ein bisschen nicht zufriedenstellen, wenn ich das so sagen darf. Deswegen, schauen wir mal, hoffen wir mal, was heute geht. Seid ihr bereit? Ich bin es auf jeden Fall. Ich habe die Tickets erspart über die letzten 10 Tage. Okay, und schauen wir einfach mal, wie es läuft. Let's go. Wie liefen die Tickets bei euch? Ich meine, wir haben jetzt viel bekommen. Free-to-Play quasi. 60 Tickets, ihr konntet euch 60 Charaktere summen. War was Geiles dabei. Ich persönlich, wie gesagt, sage immer, beziehungsweise finde es geil, wenn ein Neo-Gard-Leader droppt aus dem Ticket. Dann ja, Free-to-Play, ein Neo-Gard-Leader. Bitte crack das Screen. Wir fangen schon mal ganz, ganz gut an. Sehr, sehr gut. Erste mit den Summen total dead. Also, toter geht es gar nicht. Wie war das aber bei euch? Was habt ihr so gezogen? Habt ihr Neo-Gard-Leader gezogen? Wenn ja, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wir an der Stelle gehen wir schon mal ein bisschen bleh aus. Ein bisschen bleh. Schauen wir mal, wie der Zeitung mit uns haben wird. Anyways, ich hoffe, es wird besser. Schauen wir mal. Don't mind me, ich nehme kurz einen Schluck. Ja, danke schön. So. Rainbow, super sane. Super sane. Eins. Super zeichnen. Zwei. Ah, leider kein drei. Leider kein drei. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir hier so pullen. Pullen. Okay. Wieder nicht gefeatured. Wieder nicht gefeatured. Total random Android 17. Es wäre wirklich geil. Es wäre wirklich geil, wenn man einen gefeatured zieht und dieser ein Neo-Gard-Leader ist. Egal, wer ich nicht auch ziehen würde, Hauptsache ein Neo-Gard-Leader, ja. Auch wenn ich irgendein Dupe ist, den ich schon habe und ich brauche, her damit, her damit. Also, ich würde es nicht falsch finden. Lass uns mal ein paar Sing-Sum raushauen. Schaut eine Multi-Sum. Damit wir mal die Abwechslung haben. Wirklich, also es macht keinen Unterschied, ob Sing- oder Multi. Die Rates sind total gleich. Natürlich, ich sage es immer und immer wieder, wenn ihr von einem Multi-Sum einen Bonus habt, dann macht natürlich einen Multi-Sum. Also, Abwechslung machen wir dann ein Sing-Sum-Paar rein, um zu sehen, wie das Ganze läuft mit den Sing-Sum. Eventuell haben wir noch ein Group-Sum rein, wenn ihr da Bock habt und Lust dazu habt. Die Sache ist jedoch die, ich weiß, wann das Video online kommen wird. Ich denke, ja. Ob ihr da noch mitsummen wollt oder könnt. Tickets werden wahrscheinlich offline sein, ich weiß nicht. Egal. Wir machen es gleich trotzdem. Dennoch. Eins, zwei, drei, vier Pots. Let's go. Rainbow, stay based? No. Stay based, stay based. Ja, schön wäre, stay based, ne? Super Saiyan 2. Super Saiyan 2 Rainbow. Ab die Pots. Vergessen, wie viele das waren. Hä, irgendwie sehen wir nur die Androids. Irgendwie sehen wir nur die Androids. Was ist denn hier los? Lass mal ein Dash in den Group-Sum raushauen. Let's go. In irgendeinem Spiel, wenn ihr Bock habt, macht mit. Ihr wisst, was Ganze läuft. Ich werde gleich runterziehen. Ich zähle von 3 runter. Und ihr könnt da mitmachen. Wie gesagt, irgendein Spiel. Summt einfach, wo ihr Bock habt. Irgendein Gadget-Game, wo ihr Summen könnt. Und, wenn ihr was wirklich Geiles zieht, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Sendet auf Twitter oder Discord oder Instagram. Sendet mir auf die Screens. Sendet bereit? 3, 2, 1. Schauen wir mal, was den Group-Sum droppt. Mit einem Pot. Super Saiyan 2. SSJ GG 2. Ah! Nein! Also geil, aus dem Group-Sum ist was gejobbt. Aber, heil... Der ist schon 100% bei mir. Das hat dann... Das ist aber geil. Wirklich krank. Dass aus dem Sing-Sum-Group-Sum Golden Freezer droppt. Er ist gefeatured. Leider kann ich hier auch wieder... Aber ich nehme es, Gottverdammt, nochmal an. Auch wenn er auf 100% ist. Egal. das feeling war geil es ja raus damit das andere problem das dann wirklich das andere problem wenn man quasi schon fast jeden charakter hat Beziehungsweise okay ich hab jetzt ich habe nicht jeden aus dem banner versteht mich nicht falsch ich habe auch nicht jeden auf 100 prozent Aber da kommt natürlich dann die die ich sie sind natürlich die die ich auf 100 prozent habe das so typisch mein glück bei sowas Hier kommt supreme kai kaioshin holy my tüttel Naja was soll man machen was soll man machen wenn euch das video bisher schon gefallen hat lasst auf jeden fall ein leichter für diese Er zusammen wir haben noch 15 tickets nach dem samm vor uns und wenn ihr neu hier seid aktiv auf jeden fall die abo glocke Beziehungsweise drückt davor auf dem abo button ganz klar würde mich auf jeden fall freuen jede unterstützung an der stelle Keine ahnung warum aber ich habe hier auf dem crack stream gehofft da sind auch eher charaktere drin ich hatte irgendwie im kopf dass da keine Charaktere sind Anyways wir switchen wieder zurück wir machen wieder bis was wir machen wieder zwei muttys und die letzten haben wir da ein zinksam raus Dann haben wir so ein rhythmus in diesem video gefunden Warum nicht oh gott herrkot to the right ich glaube der erste muttys haben wir auch herrkot to the right Und wir haben dann nichts gezogen schauen wir wie wir jetzt ausgehen 15 karakter haben wir noch super saiyan 2 Super saiyan 2 herrkot to the right Oder Super saiyan 2 herrkot to the right Ah der ist auch ein Wettmotiv Oh my dog Was Ah 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 Komm schon drop doch irgendwas geiles Zeig grad die rahme noch Er hat nur zur lefties man Okay, also bei euch ist es dann so rum. Ja, crack the screen. Hier bekommen wir auf jeden Fall ein SSR. Was für eine Animation ist es. Ist vorbei, Frieza ist vorbei. Oh mei, ja, Mann. Warum nicht gefeatured? Es ist halt legit vorbei. Kein Sinn. Aber 3. haben wir. Wieder wie im letzten Video ist unser Stand. Wir haben noch ein paar Singles zusammen. Aber wir haben nur nicht gefeatured. Ja, okay, nicht nur. Wir haben auch Frieza gezogen. Okay, okay. Einfach so. Weiss out of nowhere. It is weiss, son. Let's go. Hauen wir die letzten 5 Singles raus. Oh man, es hätte echt besser laufen können, wenn ich ehrlich bin. Es hätte echt besser laufen können. Aber es ist halt so. So. Nein, es ist halt total Zufall. Er hat Zufallsgenerator, Zufallszahn. Das sind Raids. Trotzdem, trotzdem erwartet man da natürlich was. Ja, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde. Ja, das interessiert mich nicht. Nein, ich habe hier täglich gefarmt, gewartet extra für ein Video. Und jetzt wäre es cool, wenn irgendwas heißes droppt. Wenn irgendein Hot Dude droppt. Ja. Okay, gar nichts. Mysterious. Rainbow? Ja, okay. Wir gehen so bis dahin. Ah, ich weiß nicht. Wenn man Neo-Guard-Leader daraus zieht, ist es wirklich geil. Ich habe keinen gezogen, keinen Neo-Guard-Leader besetzt. Ein Demi-Guard hatten wir Golden Freezer. Aber ein Neo-Guard-Leader ist schon was Besonderes, weil überlegt man, das ist ein verdammter Neo-Guard-Leader, den man auf Free-to-Play da quasi zieht. Letzten drei Singles zusammen. Ob da noch ein Neo-Guard-Leader droppt. Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt nein. Meine Hoffnung sagt bitte. Herkut-Leader sagt, HDF. Heute nicht. Ja, danke für den R-Charakter. Sagt Legit heute nicht. Heute nicht. Schön. Okay. Damn. Zwei Single haben wir noch. Oh Gott. Die letzten zwei Tickets. Gigi. Wenn aus den letzten zwei Tickets ein S-Enough droppt. Geil. Wenn nicht, Gap. Ein Pot. Immerhin gehen wir in Super-Sane. Immerhin gehen wir in Super-Saya-Gin. Ah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Mein Sohn. Oh mein Gott. Letzten Single-Sum. Letzten Single-Sum im Ticket-Banner. Job da was. Was denkt ihr? Ja oder nein? Legit einfach nicht Single-Sum. Wir haben ja nur bis jetzt drei Älter gezogen. Heiß. Drei aus Part 1. Drei aus Part 2. Sechs Älter. Da kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wir sind 1 zu 1 geblieben. Aber mann. Fünf waren nicht gefeetert. Eine war gefeetert. Das war Gordon-Freezer. 100% Gordon-Freezer. Ich will mich echt nicht beschweren. Wir haben gut gezogen. So ist nicht. Aber ja. Naja. Naja. Man hätte auch besser ziehen können. So ist es nicht. Aber trotzdem. Trotzdem. Freut mich für die erste... Ah. Herkut zu der Rite. Es könnte auch nichts anderes sein als Herkut zu der Rite. Aber wenn man so richtig hoffen... Dass man so richtig hoffen kann beim letzten Singen. Herkut zu der Rite hier. Hdf. Danke. Danke fürs Zauern. Genau du. Genau du. Du bist jetzt fertig mit deinen Tickets. Sag mir Chao-Zoo. Du bist fertig. Hast nichts gezogen. Wow. Wirklich. Wow. Ähm. Ja. Wenn wir die... Wir werden sehen, was wir hier hätten ziehen können. Dann denke ich mir. Ich habe gar nichts gezogen. Aber legit. Es ist halt so mit dem Ticket-Baddon. Man kann nichts machen. Aber schaut mal. Irgendein Neo-Guard wieder. Und ich wäre ausgeflippt. Aus dem Ganzen. Naja. Stattdessen haben wir nur einen Gefeaturen gezogen. Das war Golden Freezer. Und das war total GG und RIP. Anyways. So läuft das mit den ganzen Tickets. Wie gesagt. Lasst mich wissen. Was habt ihr gezogen. Wie war eure Ausbeute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.